Nicht inhalieren Nicht bügeln Behälter nicht gasdicht verschließen Behälter nicht gasdicht verschließen Lassen Sie keine Dosis aus Nicht mischen mit Greifen Sie nicht unter das Werkstück Man sollte nicht am falschen Ende sparen Man sollte nicht am falschen Ende sparen Man sollte nicht am falschen Ende sparen Man sollte nicht am falschen Ende sparen